Es war kurz nach der Jahrhundertwende, da machte ein Pferd Furore, das rechnen konnte, der kluge Hans. Egal welche Rechenaufgabe sie dem Pferd stellten, es klopfte mit dem Huf immer das richtige Ergebnis. Ein Wunder. Genau wie sie kann ich mich nicht damit abfinden, dass einfach so ein Kind verschwindet. Man spricht mir gewisse parapsychologische Fähigkeiten zu. Aber ist nichts, was uns beunruhigen sollte? Oder doch? Nein. Aber das war sie nicht. Aber das war sie ja nicht. Aber ich habe Angst, was wir nicht mehr als in den Pferd. Doch. Dabei ist schon sehr süß. Vielen Dank.